Jo, Freunde, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video auf stunt-cooter.de. Auf jeden Fall, wir werden für euch heute ein Outtake-Video bringen. Ende von 2022. Heute zeigen wir euch mal, was das ganze letzte Jahr so passiert ist, weil nicht alles das, was auf YouTube landet, haben wir tatsächlich auch gefilmt. Wir versprechen uns auch ganz oft mal oder machen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Falsches oder verkacken irgendwelche Tricks. Deswegen sind auf jeden Fall sehr, sehr witzige Szenen dabei rausgekommen. Und die werdet ihr jetzt sehen. Ich hab ehrlich mal überlegt, ein Outtakes-Video zu machen. Oh mein Gott! Jetzt ist aber auch mal Schluss mit Lustig Jero. Er ist weggewonnen. Er ist weggewonnen. Er ist weggewonnen. Das ist weg. Ah, eben. Das ist weg. Ich glaube ich weiß schon. Okay, also parallel dazu macht Danny hier einen Fatschen. Ja! Es gibt doch keine... Spaß. Natürlich! Das ist die Pflicht. Falls ihr eine Rolle habt, haben sie mich auch. Herzlich willkommen heute zum Video. Da ist die Kamera. Da kommt auf einmal einer mit dem Helikopter. Und dann geht's los. Der ist ein Fell gewonnen. Aha! Muss ich kurz gehen? Oh Mann! Ich kippe ihn dann ab. Hier geht der erste. Ähm... Woher geht der denn? Aber ich bin generell nicht der Typ, der gerne... Das war mein Roller, Bro, Mann! Jungs, ich weiß nicht, wo ich meine Dinge geleckt hab und hab... Ich liebe das! Einmal eine Einleuchte! Jetzt! Jetzt! Jo, was geht ab, Leute? Ah, warte mal. Neues Whale! Weil, genau... Bro, ich glaub da hängt was. Ja, warte, ich muss das mal korrigieren. Ja, warte, ich muss das mal korrigieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja! Ja! Ah, Mann! Soll ich mich hier hinstellen? Oder? Ja, weißt du? So ein Tattoo Anakuda hier. Zack! Guck mal, was so eine Kugel ist, Junge. Weißt du, was so eine Kugel ist? So! Ich hab mir jetzt hier die Schutzbrille hier noch irgendwie so... Ah, die Caps ist jetzt auch ein bisschen blöd. Ah, die Caps ist jetzt auch ein bisschen blöd.